Hallo und herzlich Willkommen zu ALOA – Anders leben ohne Angst. Deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Magritte Hanonkur und als psychologischer Beraterin begegnen mir natürlich viele Menschen, die auf der Suche nach einem glücklichen und zufriedenen Leben sind. Oft hören wir, dass wir alles, was wir dazu brauchen, bereits in uns tragen. Ob das auch im wahrsten Sinne des Wortes so sein könnte, dem bin ich in einem weiteren ALOA-Glüxtalk auf den Grund gegangen. Denn es ging diesmal darum, ob unsere DNA zu einem glücklichen und zufriedenen Leben beitragen kann. Was unsere DNA auf alle Fälle verrät, ist, welche Lebensmittel wir gut vertragen und welche Sportarten zu uns passen und noch vieles mehr. All das weiß Unternehmerin und Ernährungspädagogin Beate Rothmund von BeyondDNA, die mit mir über das Glück, ihren Weg und das Geheimnis unserer DNA gesprochen hat. Viel Freude mit einem weiteren ALOA-Glüxtalk und ja, bis zum Ende dran zu bleiben zahlt sich auch diesmal aus, denn Beate hat auch noch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein ALOA-Gudi mitgebracht. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem spannenden ALOA-Glüxtalk. Ich habe schon ganz kurz ein bisschen was von dir erzählt, aber jetzt sind wir so schnell zusammengekommen, dass ich einfach sage, vielleicht erzählst du nochmal, du hast dir deinen Weg zu ein bisschen auch über Umwege gefunden zu deiner Passion. Also Umwege, es waren die Wege, die du gewählt hast, aber du hast ja begonnen im Wirtschaftsbereich und bist dann quasi deinem Herzen gefolgt. Ja, ganz genau. Also ich habe, eigentlich war das mein Lebensziel, mein Traum, wir zu studieren und dann im Finanzwesen zu arbeiten und habe dann aber gemerkt eigentlich, wie ich dann sozusagen dort angefangen habe und Jahre gearbeitet habe, dass das eigentlich überhaupt nicht meine Passion ist und das hat mich dann schon noch ein bisschen so in eine Krise gestürzt, weil wenn natürlich du das ganze Studium auf das hinarbeitest und dann merkst, wow, das ist eigentlich gar nicht, für was ich brenne und da habe ich dann natürlich gedacht, okay, was soll ich machen? Soll ich meinen Rest des Lebens jetzt hier arbeiten und eigentlich unglücklich sein, weil Zahlen hier sind wahnsinnig trocken? Ich würde halt wirklich gern mit meinem Lieblingsthema eben Ernährung arbeiten und mit Menschen arbeiten und ihnen eigentlich helfen und habe dann wirklich den Schritt gewagt, eben Ernährungspädagoge dann nachzulegen und ja, nach vielen vielen Jahren dann sozusagen hier gelandet. Okay, und du hast gesagt, du hast quasi, du hast Wirtschaft studiert, dann hast du gesagt, das war eigentlich das, wofür du gebrannt hast. War Ernährung bei dir immer schon ein Thema, was dich interessiert hat oder was war das, wofür du da so gebrannt hast? Ja, also Ernährung war eigentlich immer so mein Lieblingsthema. Ich hatte damals nur nie die Idee, dass ich daraus ein Business oder ein Geschäft machen kann, weil das einfach so wie ein Hobby war. Es war früher schon im Freundeskreis immer so, dass ich immer gefragt wurde, was könnte ich jetzt machen, um solche Leber zu entschlacken am Wochenende, war mir zu lang aus oder meine Haut ist nicht so gut, glaubst du, was esse ich falsch? Was könnte das sein? Und das war eigentlich so, ich habe mich immer so gerne in die Materie eingelesen und habe dann immer wieder so Ernährungspläne gemacht und habe dann eben in meinem ersten Studium gemerkt, dass ich den Ernährungsplänen für eine Freundin geschrieben habe und die hat dann tatsächlich dann sieben Kilo abgenommen und hat gestrahlt, der ist richtig gut gegangen. Und dann haben natürlich alle anderen Freunde, weil sie es halt rumgesprochen gehabt hat, gesagt, den muss ich auch machen, darf ich den auch haben? Ich so, ja, na klar, ich leite euch den weiter. Und die haben den auch gemacht und ein paar haben abgenommen und dann gab es eine oder zwei, die haben vielleicht so zweieinhalb, zwei Kilo abgenommen, wo die genau das Gleiche gegessen haben und waren eigentlich eher frustriert und eigentlich eher müde, anstatt eben diesen Glow zu haben und sich richtig gut zu holen. Und da war eigentlich so die Anfänge der Beyond-Analysen, weil ich gemerkt habe, es kann nicht für jeden die gleiche Ernährungsform möglich sein. Weil der eine hat Laktoseintoleranz, der andere hat Glutenintoleranz, der andere verträgt ein paar Früchte nicht, der andere sollte ein bisschen mehr Sport machen, der eine braucht Ausdruck, der andere braucht Kraft. Aber das heißt, es würde eine Ernährungsmanie funktionieren. Und das waren so die ersten Gedanken, die ich dann hatte, eben in die Personalisierung zu gehen, sodass jeder eine Möglichkeit hat, für sich das Beste zu machen und sich sozusagen zu optimieren. Ja, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, Beyond. Beyond-DNA ist die Firma, die du jetzt hast. Und das ist ja auch so quasi unser Thema, DNA und Glück, was das miteinander zu tun hat. Weil unsere DNA, und ich habe ja nochmal nachgelesen, den richtigen medizinischen Ausdruck, der ist ja unaussprechbar für mich, deshalb habe ich einmal geschaut, wie ist es einfach erklärt. Aber es ist ja wie ein Buch, in dem wir lesen können, wie wir aufgebaut sind, wie wir funktionieren. Da ist ja wirklich alles bis ins kleinste Detail aufgelistet, was uns ausmacht. Und du kombinierst jetzt quasi, oder diese Analysen kombinieren, aus unserer DNA heraus, was uns gut tut. Ist das so einmal kurz zusammengefasst? Genau, richtig. Also sozusagen, unser Oberziel oder mein Oberziel war einfach, sich in seinem Körper richtig wohlzufühlen und sich sozusagen so selbst zu optimieren. Also weg von Diäten, weg von Dürr, sondern einfach, dass man weiß mit den richtigen Lebensmitteln, welche sind denn gut für mich. Und es ist halt so, das kennt jeder, wenn man ja früh aufwacht und einfach sich munter fühlt, sich gut fühlt, sich leistungsfähig fühlt und sich in seinem Körper wohlfühlt. Und da hat die DNA natürlich einen großen Impact, weil wenn man genau weiß, was ist denn das Richtige für mich, kann ich dann sozusagen reagieren. Weil so wie du richtig gesagt hast, die DNA ist so wie die Körpergröße, die man mal erreicht oder die Augenfarbe, die verändert sich nicht. Aber die Epigenetik, also das heißt der Lebensstil rund um die Genetik, die kann man sehr wohl positiv beeinflussen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe Laktoseintoleranz und ich vermeide laktosehaltige Produkte, fühle ich mich besser. Mein Darm ist nicht mehr gereizt, ich kann Vitamine viel besser aufnehmen, die Haut verbessert sich, meine Stimmung verbessert sich, ich werde nicht mit diesem Blähbauch haben. Und das ist eigentlich eine klitzige Kleinigkeit, die zum Beispiel sein kann unter hunderttausend anderen Sachen, die man natürlich bei den Analysen erfahren kann. Ja, und du hast es auch angesprochen und da finde ich, ist dann so schön dieses Glück, das wir ja empfinden, wenn wir uns wieder in unserem Körper wohlfühlen. Das hat ja nicht nur mit unserer Ernährung zu tun, weil manche Menschen haben ja vielleicht jetzt nicht nur ein Thema mit Gewicht. Aber so wie du gesagt hast, es kann die Haut sein, es kann Sport sein, der uns gut tut. Und all diese Faktoren tragen ja dann zu einem glücklichen und zufriedenen Leben bei. Das heißt, bei euch kann man ja ganz viel aufgrund der DNA austesten. Ich war ja ganz begeistert, was ich da alle für Bereiche gelesen habe. Das heißt, es ist ja nicht nur, wenn ich jetzt mein Gewicht reduzieren möchte, damit ich mich wieder wohler fühle, damit ich glücklicher bin, sondern unsere DNA verrät uns ja auch in ganz vielen Bereichen, was uns gut tut, oder? Was sind denn da so die Bereiche, die ihr da auch abdeckt? Ja, also natürlich das meiste Nachgefragte ist eben die Kombination des Premium Life, das ist gesunde Ernährung und Abnehmen kombiniert. Aber was auch ganz stark ist, sind jetzt auch sozusagen die Männer. Also es ist früher war es wirklich so 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer. Aber jetzt ist es schon fast Hälfte, dass auch die Männer sich für gesunde Ernährung und sozusagen besser fühlen im Körper interessieren. Und da haben wir jetzt auch Beyond DNA Fitness zum Beispiel. Da geht es wirklich um Leistungssteigerung. Gerade wenn man das auch nebenbei eben einfach hier mal einen Marathon vorbereiten möchte, wäre das gut. Und jetzt haben wir auch eine hohe Nachfrage gehabt, jetzt haben wir auch Beauty hinzugefügt. Also welche Inhaltsstoffe sozusagen sollte man vermehrt zu sich nehmen und welche sollte man eher meiden, um sozusagen die DNA optimal auszunützen. Da bekommt man Informationen in den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zum Beispiel, UV-Schutz, Kollagenaufbau und Abbau, der natürlich sehr wichtig ist, um den Alterungsprozess sozusagen so lange wie möglich herauszuzögern und das biologische Alter natürlich dann zu verlängern. Und vor allem auch das der Haut zuzuführen, was sie braucht, oder? Weil oft verwenden wir vielleicht Produkte und die bringen gar nichts oder machen Sport und der uns sehr motivieren soll, der uns aufbauen soll. Und wenn wir uns dann in unserem Körper wohler fühlen, trägt das ja zum Glück bei. Weil ganz viele Tools, die wir auch im Coaching verwenden, sind ja, dass man sagt, okay, in die Bewegung gehen, sich etwas Gutes gönnen, sich jetzt nicht zu kasteien, aber sehr wohl sich zu motivieren, etwas zu tun. Das heißt, all diese Themenbereiche deckt ihr ab und schaut aber noch dazu, was ist dieser genetische quasi Abdruck, der das noch dazu unterstützt. Was kann ich mir zuführen? Genau, also bei uns ist es halt auch immer ganz wichtig, weil man merkt das ja selber beim Sport, man macht, man fängt was an und ist dann total begeistert, aber es tut sich halt nichts oder es bauen sich oft Muskeln, auch dort, wo man es nicht haben möchte. Und denkt man dann, irgendwann geht man dann nicht ins Fitnesscenter oder den 10er Block, lässt man dann oft liegen. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir nicht nur Kraft oder Ausdauer machen, sondern über 100 Sportarten in Minuten. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche nur 18 Minuten, ein bisschen zügiger spazieren gehen, jeden zweiten Tag, und ich brauche aber dafür gar kein Krafttraining, stundenlang zu machen, ist man einfach motiviert, dann denkt man, okay, diese 18 Minuten, die schaffe ich. Und das ist dann so, dass man dann sozusagen, wie du richtig sagst, sich dann motiviert und dann auch richtig glücklich ist, dass man das gemacht hat. Weil es ist oft so, man möchte halt eine Stunde nicht, also bei mir ist es so, also ich möchte das Optimale für mich machen, aber mehr müsste es dann jetzt auch nicht sein. Und das möchten wir dann auch für den Kunden bieten. Und genauso haben wir auch das mit den Vitaminen gemacht. Da haben wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Aber mir ist rausgekommen, dass ich zum Beispiel Vitamin D genetisch nicht sehr gut aufnehmen kann. Oder Antioxidantien sollte ich eher QN10 nehmen, statt Vitamin C zum Beispiel. Wo kriege ich das her und wie viel brauche ich? Das kann man natürlich auch pauschal nicht sagen, weil wir sehen natürlich, jeder ist anders. Ein Zwei-Meter-Mann, der raucht, braucht ganz andere Vitamine als jetzt eine 1,60-Frau, die vielleicht vegan lebt. Und auf das gehen wir auch ein. Also bei uns gibt es auch Vitaminmischungen, die genau auf die eigene DNA und auf den Lifestyle sich sozusagen spezialisieren. Und jedes ist einzeln zusammengestellt, sodass man über 23 Vitamine keinen Überschuss hat, aber auch nicht unterversorgt ist. Und ich gehe ja mal davon aus, dass du ja all diese Tests gemacht hast, oder? Bei dir nicht. Und sind da bei dir Dinge rausgekommen, wo du gesagt hast, ah, das ist etwas, womit ich wirklich auch in Resonanz gehe? Also, dass du schon gespürt hast, es ist etwas, was mir gut tut oder was mir weniger gut tut? Oder sind das dann so Dinge, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt muss ich auf das verzichten? Oder ist da so ein bisschen diese Resonanz im Körper? Weil ich finde, oft bei Austestungen kriegt man dann nur mehr Verbote und das macht überhaupt keinen Spaß. Aber da, wenn das jetzt so wirklich aus mir heraus analysiert wird, gibt es da auch so einen Instinkt, den wir haben, wo wir sagen, ja, lustig, das habe ich schon selber beobachten können und schön, dass das unterstützt wird? Ja, also bei mir passiert es auch wirklich ganz eindeutig, bei mir ist es ein bisschen eher die Fette und die Kohlenhydrate sind eigentlich eher egal. Und das habe ich schon während dem Studium, habe ich mir das nämlich schon gedacht, weil oft haben wir uns dann einfach, wie wir alle gesessen sind und gelernt haben, einfach Pizza bestellt, weil es schnell gegangen ist und einfach ungünstig war. Und ich hatte am nächsten Tag, sage ich und schreibe, ein halben Kilo weniger und damals denkt man es da ja noch so, naja, vielleicht Mondphasen oder vielleicht habe ich weniger getrunken in der Nacht oder Salz. Also man versucht sich dann irgendwie zusammenzureimen. Und bei mir ist es tatsächlich rausgekommen, eben dass Kohlenhydrate, auch so einkettige Kohlenhydrate bei mir eigentlich nicht zunehmen lassen. Also früher habe ich ja, da war ja eine Eiweißdiät, das wurde immer propagiert und ich habe mich sehr eiweißlastig ernährt und das war eigentlich ganz schlecht für meinen Körper. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich dann schon verblüfflichst und so schwarz auf weiß gesehen habe, dass ich Eiweiß eher reduzieren sollte, aber zum Beispiel jetzt Pommes, Apfelstrudel oder Germknödel für mich jetzt gar nicht so ein Thema sind. Ich sollte zum Beispiel die Pommes halt eher im Ofen machen, also frittieren sollte ich es nicht, weil sie dann eher zu fritt für mich. Aber das sind halt schon Dinge, die jetzt keine Diät sagen würde. Und deswegen lebt man einfach leicht damit und kann trotzdem in Form bleiben, ohne dass man akribisch jetzt die Kalorien zusammenrechnen müsste. Und das finde ich eben so schön, weil ich sage, ganz vieles spüren wir ja auch richtig in unserem Körper. Und wenn wir dann aber nur Zutaten kriegen, und ich glaube, das ist ja bei euch überhaupt, es werden ja die Vitamine dann empfohlen, die richtigen, die einem gut tun. Es wird die Sportart, also nicht nur, wie man jetzt nicht nur Kraft oder Ausdauer, sondern es werden ja auch Sportarten richtig aufgezählt, wo man dann auswählen kann, oder? Ja, genau. Also man hat auch eine Wahl, und es ist so, dass man eben auch wirklich Pizza essen darf, oder dass ja auch wirklich Gerichte draufstehen, oder, die man zu sich nehmen darf. Ja, also wir haben dann auch solche richtigen Schlemmergerichte drin, wie zum Beispiel ein Chickenburger, jetzt darf ich natürlich die nicht nennen, wo der ist, oder auch Lasagne, halt Dinge, die man auch positiv verknüpft. Weil Essen ist schon sehr viel Emotion, also man verbindet gewisse Lebensmittel einfach mit, mir geht es danach gut, ich fühle mich gut, und jetzt würde ich gerne essen, ohne diesen schlechten Gewissen, weil das kenne ich auch von mir. Also es gab teilweise auch so rote Listen, nein, also das darf ich nicht essen, weil davon wird mehr dick, und man nimmt dann zu. Und auch zu Research für mein Buch, das Phänomen der Schlanken, kamen immer wieder eigentlich dieselben Aussagen, also dass man sagt, naja, also entweder ich bin auf Diät und bin dann ganz strikt, oder es ist mir dann wieder wurscht. Weil man einfach, der Körper auch, es körperlich nicht schafft, ständig auf Diät zu sein, weil irgendwann kommen eben diese Heißhunger-Attacken, die folgt vom Jojo-Effekt, und das ist ja, was wir eigentlich langfristig vermeiden sollten. Aber wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel meine Lebensmittel von der Analyse, die ich immer essen kann, und dann weiß ich zum Beispiel, okay, super, dann hole ich mir das nächste Mal einen Apfelstrudel, anstatt jetzt einen Donut zum Beispiel, und das ist mir zum Beispiel total egal, dann esse ich halt den Apfelstrudel, und ich bin total happy darüber. Beim anderen kommt vielleicht raus ein Topfenstrudel oder Muffin, und dann ist das auch in Ordnung, ja, weil das ist ja, das gehört ja zum Leben dazu, gerade auch jetzt in unserer Gesellschaft, ja, das Fluchtachterl. Und das wird dann bei uns auch ausgewertet, also wir haben auch eine ganze Weinliste, da ist auch Weißwein trocken, lieblich, halbtrocken, Champagner, Gin, Wodka, also alle Dinge, die man sozusagen sich dann auch einmal vielleicht am Wochenende gönnen möchte, aber eben nicht mit diesem Negativen, wo wir auch vorhin gesprochen haben, dass man sich positiv fokussieren soll und nicht immer auf das Negative erachtet. Und was ist für die Menschen, die sich grundsätzlich schon gesund ernähren, also auch vegan oder vegetarisch sind, habt ihr da auch, gibt es da auch Auswertungen? Ja, das ist ja spannend, weil manche sind ja auch vegetarisch oder haben trotzdem auch ein Thema, die sagen, das vertrage ich nicht so gut. In der Gemüsesorte wird das auch ausgewertet? Genau, also wir haben wirklich über 100 verschiedene Gemüsesorten und auch Obstsorten, weil natürlich vegan ist ja auch ein Mindset, ist ja auch eine Einstellung, aber man muss halt auch auf den Körper achten, weil nicht für jeden ist es optimal geeignet. Und dann sieht man dann auch ganz genau, auch zum Beispiel Seitan ist auch dabei und da sieht man dann auch Ersatzprodukte, ob die dann adäquat für den eigenen Körper sind, weil das kann natürlich sein, wenn ein Freund erzählt, ich lebe vegan und das ist so super und mir geht es gut und meine Blutwerte sind toll, kann aber sein, dass das bei mir selber dann nicht der Fall ist. Und da muss man dann schon sehr aufpassen, dass man nicht vermeintlich glaubt, man lebt gesund und man macht es eh toll und kauft die Sachen dann oft teuer ein, aber für den eigenen Körper hat das diesen Mehrwert nicht. Und da muss man dann wirklich darauf achten, also man darf das auch nicht unterschätzen, dass jede einseitige Diät natürlich auch kontrolliert werden sollte, gerade auch mit dem Blutbild und da kann man dann auch zum Beispiel, wenn man vegan lebt, ist mit die Vitaminmischung natürlich ganz, ganz anders. Und was ihr ja auch macht, ist ja auch Medikamentenverträglichkeiten austesten und das Wichtige ist ja auch, dass ihr immer in Kooperation auch mit Ärzten arbeitet, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendein neumodisches Austestung ist, sondern das hat ja wirklich auch medizinischen Background, oder? Also es wird auch geachtet darauf, dass medizinisch es einem gut geht, dass man auch wirklich nicht jetzt Medikamente zu sich nimmt, die man vielleicht einmal braucht, weil es einem nicht gut geht, also man schließt ja nicht alles aus, aber die man gar nicht verträgt. Ja, weil oft ist es ja so, also man nimmt ja dann Tabletten, manche nehmen es halt täglich, manche nehmen sogar zwei Tabletten täglich, eben für Blutdruck zum Beispiel, oder manche nehmen auch Antidepressiva, das ist auch bei uns ein Riesenthema, also da arbeiten wir auch mit Ärzten zusammen, damit man halt voraustestet, ob das Medikament überhaupt für Stoffwechsel wird, ob man mehr oder weniger von der Dosierung braucht. Das ist auch ein ganz einfaches Ampelsystem mit Pfeilen dargestellt, und dann weiß der Arzt auch, ah super, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht, oder zum Beispiel, wie es rauskommt, Aspirin kann meinen Körper gar nicht verstoffwechseln, das stimmt auch, also ich hatte auch damit immer Probleme, nur da kommt man ja nicht drauf, und wenn man es weiß, dann nimmt man es erst gar nicht ein. Also es sind dann auch, das ist dann eben ganz, ganz, ganz wichtig, finde ich auch. Der Leidensdruck wird ja auch noch einmal größer, wenn wir eh schon zu einem Arzt gehen und auch einmal sagen, okay, für eine gewisse Zeit brauche ich jetzt ein gewisses Medikament, das wirkt nicht, da muss ich wieder das Neue ausprobieren und wieder eins ausprobieren, und das macht ja auch einen großen Leidensdruck noch zusätzlich, wenn man nicht und nicht die richtige Medikamentation findet, oder Medikation, wie sagt man? Ja, Medikation, ja. Medikation findet, wird das ja wahrscheinlich auch eher frustrierend sein, das heißt, da erspart man sich schon einige Wege des Austestens und Ausprobierens, weil gerade wenn man einen Leidensdruck hat, ist es das Schönste, wenn man recht schnell Resultate kriegt, oder sich zumindest dann nicht plagt, monatelang, weil ich sage, in die Selbstreflexion muss man so und so immer dazugehen und sagen, aber wenn man unterstützend all diese Dinge tut und da nicht noch ausprobieren muss, dann ist das sicher ein Punkt, der glücklich und zufrieden macht. Wie siehst du das bei deinen Klienten? Ja, also absolut, also da haben wir auch sehr, sehr viele Rückmeldungen eben von Ärzten, die das zuerst austesten, gerade bei Medikamenten, die man halt für den Rest seines Lebens nehmen muss, oder sozusagen auf jeden Fall einmal für eine längere Zeit, und da ist natürlich wichtig, dass man da nicht das an seinem eigenen Körper ausprobiert, sondern mal von vornherein weiß, okay, die und die Dosierung ist dann optimal. Also das ist uns auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch ganzheitlich arbeiten, dass wir sagen, okay, natürlich ist der Nährung und sein Körpergewicht in einem Normalgewicht zu halten, da geht es aber auch nicht um optische Reize, sondern da geht es einfach wirklich um die Gesundheit, Blutdruck, Kardiovaskular, aber auch eben, wenn der Fall ist, dass es dann schon so ist, dass man Medikamente nehmen muss, dass man halt dann auch ganz genau weiß, okay, über 2000 Medikamenten, Inhaltsstoffe werden da ausgetestet, also nicht nur der Name des Medikamentes, so kann man das auch zum Beispiel international nutzen, wenn man mal, meinetwegen, oder im Sinne, dass man einen Autounfall hat, oder dass man das auf jeden Fall als PDF kann, das zum Beispiel immer dabei haben, oder da kannst du den Partner auch abspeichern, dass man dann auch nachschauen kann, was zum Beispiel funktioniert. Das ist toll. So wie in einem Blutgruppenpass quasi hat man gleich dabei auch, welche Medikamente man verträgt und welche nicht. Ganz genau und das ist halt dann auch oft ganz wichtig, weil gerade in den ersten, auch die Ärzte sagen, das muss halt in den ersten Minuten sozusagen schon richtig reagiert werden und es gibt dann halt schon Patienten, die dann gewisse Sachen, Cortison oder, oder, oder nicht vertragen und das muss man halt wissen und das weiß dann natürlich auch der Partner, der dann vielleicht auch bestenfalls dabei ist oder das kann man dann vielleicht auch in die Geldbörse dann noch einmal hineingeben, dass man eben diese Austestung gemacht hat und dass das und das auf keinen Fall gegeben werden soll. Ja, es ist wirklich spannend und das alles steckt in unserer DNA drinnen. Also was würdest du sagen, trägt unsere DNA zu einem glücklichen und zufriedenen Leben bei? Also ich würde natürlich sagen, auf jeden Fall, weil ich finde, wenn man sich was Gutes tun kann und sich selbst optimieren kann, es ist ja natürlich immer so, wenn es einem selber gut geht, geht es natürlich allen anderen gut. Wenn man strahlt es dann auch aus, dass man einfach zufrieden mit seinem Körper ist und wenn man an ihm arbeiten möchte, hat man dann sozusagen einen Fahrplan an der Hand. Und wenn man sagt, so, nein, ich habe jetzt Urlaub oder ich soll gut gehen lassen, dann hält man es halt vielleicht nur zu 40 oder 30 Prozent ein. Aber man hat dann wenigstens eine Tendenz, dass man, wenn man zum Italiener geht, weiß, man kann zum Beispiel eine Pasta essen, aber keine Carbonara, sondern halt einen Pomodoro zum Beispiel. Aber trotzdem kann man leben. Man hat dann nicht das Gefühl, dass man immer diesen Salat essen muss. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, die man dann einfach ausstrahlt, ist dann schon, glaube ich, auch für sich selber und auch für das Umfeld einfach immer angenehm. Ja, und du hast gesagt, es ist ja diese Leichtigkeit, die dazukommt. Und wenn wir beschließen, gut um uns zu sorgen, dann schließt das ja den Körper ein, den Geist ein und auch unseren Verstand. Und ich glaube, wenn wir auch begreifen, was uns gut tut und wenn wir das jetzt so, du sagst immer, du kriegst ein Handbuch dazu, da steht das relativ simpel aufgelistet drinnen. Also man versteht auch, Nudeln sind okay grundsätzlich, aber gewisse Soßen nicht. Also es wird wirklich so ins Kleinste, dass man variieren kann und dann eben glücklich und zufrieden das Leben gestalten kann und trotzdem vielleicht die zwei, drei Kilo abzunehmen, weil man sich dann einfach wohler fühlt oder etwas für die Haut zu tun. Das ist ja dann vor allem eher für die ältere Generation interessant, welche Creme tun mir gut, welche Medikamente tun mir gut, welcher Sport tut mir gut. Und dann wird man glücklich und zufrieden, auch noch unterstützend mit diesem Beyond-DNA. Wie kann man das denn, wenn jetzt jemand sagt, puh, das interessiert mich, wurscht welcher Bereich, ob das Ernährung, Fitness, Medikamente, Beauty, Vitamine ist, wie funktioniert denn das? Wenn man sagt, das möchte ich unterstützend dazu tun. Genau, also wir haben es jetzt aufgrund von Covid eben und damals war ja eben alles geschlossen, haben wir jetzt eine Internetplattform, eben www.beyond-dna.at. Da kann man bequem alle Analysen, die es gibt, durchlesen, sich so eine Wunschanalyse aussuchen, die versenden wir kostenfrei weltweit zur Wunschadresse. Also das ist eben dieses Set, verschiedene kostenfrei, das kriegt man so. Genau, und da kann man zu Hause eine Speichelprobe machen und schickt dann die vorher gedruckte Adresse zurück und circa zwei Wochen später hält man dann sozusagen ein komplettes Buch über sich selber und seine DNA, je nachdem, welche Bereiche man gerne hätte. Und es ist extrem spannend, das eben auch über sich selber zu lesen, ob man ein häufiger Snacktyp ist oder der starke Hungertyp oder welche Sportart am effizientesten ist oder welche Süßigkeiten man essen kann ohne schlechten Gewissen. Also ich kriege ein Booklet, das mir sagt, was mir gut tut, was meinem Körper gut tut und das kann ich auf alle Fälle unterstützend tun und somit auch gleich ein bisschen Achtsamkeit in mein Leben bringen. Ganz genau. Wird es denn noch zusätzlich, hat man dann noch bei dir eine Stunde oder wo das erklärt wird, wenn man Fragen hat? Genau, also man kann dann sehr gerne nachher noch ein Nachwuchs-Übrich buchen, das findet dann entweder bei mir oder bei einem von meinem Team statt, da kann man dann nochmal alles durchgehen. Wenn man Fragen hat, kann man das dann natürlich auch noch stellen. Wir haben dann natürlich auch ein Internet, also Contact at Beyond DNA, da kann man nochmal Fragen hinschicken. Oder man ruft bei der Hotline an, wenn man noch Kleinigkeiten wissen will, wenn man sich nicht sicher ist, welche Analyse ist die beste. Also wir sind sozusagen halt Rat und Tat da, weil ich eben gemerkt habe, dass es ganz wichtig ist, dass immer eine Bezugsperson dahinter steht. Und auch Partnerärzte haben wir, also das heißt, je nachdem, was dann gebraucht wird, steht dann bereit. Okay, also man kriegt ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Genau. Ich weiß nicht, ob du den Aloha-Glücks-Talk schon einmal gesehen hast, es geht ja um Glück und das ist natürlich dann immer sehr spannend, was auch dein Glück ausmacht. Und am Ende des Aloha-Glücks-Talk habe ich einen kurzen Wortwrap, wo ich ein paar Fragen habe, auf die du kurz und bündig antwortest, dreht sich alles ums Glück. Wenn dir einmal eine Frage nicht einfällt, dann kannst du gerne sagen, weiter, aber ich glaube, du wirst auf jede Frage eine Antwort haben. Bist du bereit? Ja, einen spontanen Glücks-Rap? Ja. Glück heißt für mich? Zeit mit der Familie zu verbringen und Freunden natürlich. Mein Glücksplatz ist? Südfrankreich. Meine Glücksquelle ist? Meine Morgenroutine. Schön. Darf ich fragen, was in dieser Morgenroutine vorkommt? Ja, also bei mir ist es wirklich so, ich stehe dafür auf und das war für mich so ein Gamechanger. Früher habe ich immer nur sofort das Handy, E-Mails gecheckt, aber ich war schon irgendwie total gestresst und eigentlich überhaupt nicht bei mir. Dass ich mich wirklich in der Früh für drei Dinge bedanke. Können auch Kleinigkeiten sein und das mache ich jedes Mal in der Früh und jedes Mal am Abend. Und so starte ich dann auch ganz anders in den Tag. Genau, das ist eine wunderschöne Morgenroutine, die Dankbarkeit. Schreibst du das auch in ein Journal rein oder machst du das im Kopf? Ich mache es im Kopf, habe aber auch ein Journal, das ich ab und zu dann doch hernehme und das wirklich super funktioniert. Also ich müsste das eh viel öfters machen. Je nachdem, wenn ich es dann reingeschrieben habe, es ist doch nochmal ein Unterschied, wenn man es doch tatsächlich dann mit der Hand sich nochmal von der Seele geschrieben hat. Auch wenn man sich etwas geärgert hat, schreibe ich es hinein und dann geht es mir eigentlich viel besser und ich kann es auch viel besser reflektieren. Gibt es übrigens eine Podcast-Folge von mir, von Aloha Anders Leben ohne Angst, warum Journaling so kraftvoll ist. Weil das macht auch wirklich etwas mit unserem Gehirn, wenn wir beginnen, es niederzuschreiben. Dann kriegt das noch einmal mehr Nachdruck und es manifestiert sich viel mehr in uns. Also es macht schon Sinn, es auch niederzuschreiben. Ja. Gut, glückliche Menschen sind für mich... Gute Frage. Ich glaube, ein glücklicher Mensch ist, wenn egal was es ist, man etwas für sich gefunden hat, für das man brennt. Ob es jetzt ein Hobby ist, ob es jetzt Mutter sein ist, ob es jetzt eine Firma ist, ob es der Hund ist. Ich glaube, wenn man etwas hat, für das man brennt, ich glaube, das macht glücklich. Und das macht Menschen auch wahnsinnig anziehend, finde ich, wenn sie dieses Leuchten in den Augen haben. Was habe ich heute schon getan, um glücklich zu sein? Ich habe ja überhaupt keinen grünen Daumen, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, in diesem Sommer werde ich es versuchen, doch irgendwie den Garten und die Blümchen ein bisschen liebevoller zu behandeln. Und jetzt gieße ich die Blumen in der Früh, habe ich mir früher nie Zeit genommen, ich stehe jetzt früher auf und mache das. Und das, muss ich auch ehrlich sagen, bringt mich dann auch immer so ein bisschen, erdet mich dann auch. Und heute habe ich zum Beispiel eine Erdbeere geerntet. Das war ein sehr schönes Gefühl. Und Erdbeeren verträgst du auch, glaube ich. Genau, doppelt eigentlich. Eine glückliche Zukunft bedeutet für mich, mit Freunden und Familie zusammen zu sitzen, bei einem schönen Essen und vielleicht einem Glas Wein und einfach sich super nett zu unterhalten, sich nicht das Blatt vor den Mund nehmen zu müssen und einfach einen schönen Abend zu genießen. Also das finde ich schön. Ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen weniger emotional sind und manche Sachen nicht so ernst nehmen und es nicht so persönlich nehmen. Sondern, dass man einfach, wenn jetzt einmal ein E-Mail reinkommt oder man sich über eine Person geärgert hat, dass man einfach mal eine Nacht drüber schläft. Und oft ist es dann halb so wild oder die Person einfach anruft und sagt, du, irgendwie, ich glaube, ich habe es missverstanden oder können wir mal drüber reden. Anstatt ein böses E-Mail zurückzuschreiben oder einfach den Kontakt abzubrechen. Also das würde ich mir wünschen, dass man mehr Nettigkeit auch versprüht, auch wenn man zur Post geht und alles in mürisch, aber kann man trotzdem irgendwie noch einen schönen Tag wünschen oder mal lächeln. Also ein liebevoller Umgang mit uns und mit anderen. Genau. Genau, weil das ist ja immer schön, weil auch das, was man ausstrahlt, das kriegt man zurück, das Gesetz der Resonanz. Und das ist oftmals so, wie du eben gesagt hast, wenn man etwas mürrisch bekommt, wenn man darauf reagiert, dann ergibt sich so ein Ping-Pong-Effekt. Aber es sagt viel mehr über den anderen aus als über einen selbst und wir dürfen immer bestimmen, wie wir durch unser Leben gehen. Ja, ich habe jetzt schon einige allein Glücks-Talk halten dürfen und ich merke, dass Glück vor allem eines ist, nämlich eine Entscheidung. Deine Entscheidung, meine Entscheidung, unsere Entscheidung für uns und unsere Träume loszugehen. Und es ist so schön zu sehen, wie du mit deinem Business auch dein Glück gefunden hast und dadurch gleichzeitig anderen Menschen auch so viel Glück und Zufriedenheit schenkst. Denn wenn wir uns in unserem Körper wohlfühlen, dann ist das schon ein großer Faktor, der zu einem glücklichen und zufriedenen Leben beitragt. Und wir haben ja davor kurz gesprochen und ich glaube, du hast für alle Zuhörerinnen ein Gute mitgebracht. Ganz genau. Also für jeder, der bei uns vorbeischaut und eine Analyse für sich entdeckt hat, haben wir auch noch einen Rabattcode, einen ALOA10. Und da kann man natürlich noch auf jede beliebige Analyse, auch auf die ganzen Packages, die sind nämlich jetzt gerade on sale, auch nochmal 10% lang ab dann. Wow, das ist toll. Und ich glaube, bei mir ist es ja schon so lange in Gedanken, einmal diese DNA-Analyse zu machen. Und ich habe schon zwei Bereiche gefunden, die mich natürlich interessieren würden. Und da wäre ich vielleicht auch jetzt durch diesen schönen ALOA10-Code das endlich mal angehen. Liebe Beate, vielen, vielen Dank für diese vielen Inspirationen und ich glaube, DNA hat durchaus Potenzial, uns glücklich und zufrieden zu machen. Und zumindestens einen Anteil daran hat unsere DNA ganz bestimmt. Alles Liebe, einen schönen Abend. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Also wenn du auch neugierig geworden bist, was deine DNA über dich so verrät, findest du den Link zu BeyondDNA in den Shownotes. Und wenn du sagst, du möchtest für ein glückliches und zufriedenes Leben wieder deine innere Balance finden, dann begleite ich dich sehr gerne in meiner Wiener Praxis oder auch online, denn du trägst tatsächlich so vieles in dir, dass nur darauf wartet, wieder von dir entwickelt zu werden, um so für mehr Glücksmomente in deinem Leben zu sorgen. Jede Menge Infos zu meiner Arbeit sowie Inspirationen für dich findest du auf meinen Social Media Kanälen unter meinen Namen und natürlich auch auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Magritte. Alles Liebe, deine Magritte.